Hi! Ich will euch mal Cäsar vorstellen, also Cäsar um genau zu sein, mit SZ. Das ist unser neuer Eber. Der wird Fred ablösen und ich mache ihm gerade eine schöne Suhle. Mal gucken, ob er die annimmt. Kennt er nämlich noch nicht. Er ist ein echter Mecklenburg-Vorpommer und ist ein Durog-Eber. Und sein neues Zuhause ist jetzt nicht direkt hier. Es ist jetzt erstmal ein Zwischenlager, weil wir bauen nämlich gerade für die Abferkelung und für die Fortpflanzung sozusagen ein Zentrum draußen bei den Schweinen, das dann sein neues Zuhause wird.